FANTASTIC Ich weiß auch nicht, was die anderen so schönes machen Ich kann jetzt die letzte Stufe freischalten von diesem Wurffeilaffencenter Gedönsel Hast du's noch gar nicht? Ich dachte, du gehst alle 10 Runden schon Ein Affen gratis Jaja, ein Affen schon gratis, aber die letzte Stufe ist Mach die Pfeile des Wurffeilaffen explosiv Ach, das ist die letzte Stufe? Mh Ah ok, na gut, nimm auf jeden Fall mit, das ist sehr nice Was nimm ich jetzt für ne Map? Ähm, warte, 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 warte Irgendwas auf schwer möchte ich gerne haben Irgendwas nicht ganz so Schwieriges auf schwer Nordpol, hattest du das schon mal gespielt gehabt? Die hatten wir schon mal Also ich hab keine Münze, äh, keine Medaille Silber haben wir da schon geholt Ne, da hast du's mit dem anderen gespielt Nicht mit mir Sicher? Ja, ja, ja Oder wir haben's nie geschafft, aber da hast du mit dem anderen geholt Warte mal, wo ist denn das? Ganz am Anfang, ne? Ganz am Anfang, ja Hat nicht mehr nachgeschaut und hat Ach, Nordpol Ja, Nordpol hatte ich Ach stimmt, Nordpol hatte ich Nee, ich hatte das andere gedacht Da gibt's ja noch so ne Schnee Lass Nordpol spielen auf schwer Ja, die hatte ich mit Matthias schon mal geschafft auf Mittel, glaub ich Ja, das kommt schwer dran Gibt dir für alles auch noch Achievements Ich finde das mit der Odyssee mega langweilig, dass sie's einfach nicht fixen Selbst nach zwei, drei Tagen nicht Jeder Typ hat jetzt maximale Gebäude und so, ne? Ja, gut Die haben das noch nicht gemacht Naja, ich mein' ich auch nicht Hab dich schon geladen Gibt allerdings ein bisschen weniger Belohnung, weil's halt so ne leichte Map ist, nur so ne Einfänger Map Glaub ich Na, 200 Belohnung Oh, 200 Belohnung Auf schwer Das ist krass Ich glaub wir kriegen trotzdem vier oder fünf oder fünf, sechs Münze oder so Irgendwie so Das kann sein Ja, du musst so ein bisschen die harte Strecke übernehmen, ne? Weil du bist auf der linken Seite, da wo sie reinkommen Weil mit gehen sie raus und raus Ja, das war easy, easy Easy peasy So Drei Zwei Eins Gute Tage und Willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Bloomed Tower Defense 5 Mobile mit mir, dem Fred und mit dem Dark Hunter Epic X Yay, und wir spielen heute Nordpol auf schwer und Belohnung gibt's 200 Genau Das ist nicht wirklich viel, aber die Münzen sind so das Wichtige eigentlich Die Münzen sind das Wichtige, was ich zumindest haben möchte Ist ein bisschen wenig, aber Wie viel Startgeld hattest du eigentlich gerade? Äh, 200 irgendwas Startgold? Äh, ne, ne, warte mal, 400? Rechne zurück, rechne zurück Ah, ist mir zu blöd, ach, kapok Ich will wissen, ob unser Startgeld zusammengerechnet wird Wie viel hattest du denn? Ja, 440 hab ich noch Ne, ich hatte glaube ich 460, bin mir nicht sicher Nichts, das ist insgesamt zu zurückrechnen, ist doch nicht so schwierig Ja, ich muss jetzt hier aber konzentrieren, das geht nicht Konzentrieren Er ist doch überhaupt kein, du leid, noch gar kein Gebauer Nö, warum sollte ich Baut er sich hier, baut er sich hier gleich wieder schön, irgendwie eine Affenbank oder so als erstes Ist doch gut dir der Gedanke, danke Nein, mach ich nicht Ja Lass mich nochmal gleich ein Einmal nehme ich den Salat Ach, laber nicht rum, weißt du, du hast mir nicht Zeit einen Affen zu bauen hier Zack, zack Ich werd da jetzt erstmal die Affen upgraden und dann Jetzt, äh, Runde 4 Oh, ein Schiff Ein Schiff Ein Schiff Ein Schiff werd wir auch mal bauen Schiff, Ahoi Ist das dann, das ist von, das ist nur von den Wurfallaffen dann, explosiv die Pfeile, ne? Nicht von den Schiffen und so, ne? Ja, nur Wurfallaffe Schade Reicht ja auch Ja, mehr oder weniger Eigentlich nicht, aber Da muss man auch mit auskommen Wie er gierig wird, wie er gierig wird Mehr Mehr Ich hätt jetzt auch mal so'n Affen Ach, hab ich gar nichts, scheiße Kann ich mehr kaufen So'n Affenbauer-Typi Wo konnte man sich den kaufen, irgendwo konnte man sich den kaufen Ingame Andi, doch hier unten ist er, ganz unten, hallo Was willst du denn kaufen? Ja, diesen Affenbauer, damit ich das nicht selber klicken muss, die Bananen Joah, voller Sack Ne, ich musste ja auf Profistufen, weißt du Was bringt der da nochmal? Er schleudert so Bananen auf dem Weg, wo die Ballons nicht vorbeikommen Die werden immer wieder zurückgedrückt Achso Das ist ziemlich nice gemacht Ja, ich hab eh noch nicht genug Geld dafür Na, jetzt schon wieder eine Das ist immer, weil ich immer die ganze Scheiße am Anfang machen muss Ich hab immer die Arbeit am Anfang Du die ganze Scheiße am Anfang Er roll, er lehnt sie immer zurück, hat schon in den Augen, hat er schon die Dollars hier Und sie so, ja, ja, mach du das mal weg Kannst du dir mal bitte überlegen, was ich die letzte Runde gemacht habe Ich hab alles am Anfang alleine gemacht Ja, aber nur durch deine Sachen, die kein Geld kosten quasi Durch deine Spezialeignisse Die haben mir Affendollar gekostet, wertvolle Affendollar haben die mich gekostet Wie er auch schon das Ding hat Ja, und ich klicke noch selber, ich hab ja nicht die Bimbos, die für mich die Bananen pflücken Pech, Pech Achso, sehr angenehm, muss ich sagen Mal überlegen, was ich jetzt als nächstes upgrade Erstmal nix, glaub ich Einmal noch genug Zeit Aber noch einmal verbesserte Sicht, ne Alter, was ist denn das für ein riesig fettes Ding? Warte mal Nee, kann ich gar nicht hinsetzen Das ist so richtig fett So ein Blumen-Untergangsgerät ist das Kannst du auf die Häuser setzen Kannst du mit dem Go machen, ne Das musst du nicht einfach auf mich warten Du musst Ja, ja, jetzt kommt auf einmal das Mach doch nicht auf Go Sonst geht alles kaputt Hä, was war das denn? Mach mal Go Ah, du hast, was ist das denn für ein Viech? Das ist ein Blumen-Untergangsgerät Kost, glaub ich, 250 Dollar 250 Affendollar Okay Ist so eine aktivierbare Fähigkeit Hat ein bisschen Cooldown, aber ist okay Davon brauchst du nur 20, um eine Profistufe zu bekommen Was macht die Profistufe? Weiß ich nicht, keine Ahnung Ich kenn's bisher nur vom Affenbauer Alles anders Also von dir selber Alles anders für mich Neuland bisher Ja, wie das Internet, ne Ja Das Internet ist für uns alle Neuland Ja, so ist das 1.300 hab ich jetzt Miu Go Nutzt's aus Weiß ich noch nicht Was macht das Viech nochmal? Was? Diese... Diese Affenzerstörer da Illuminati Getötzt Von was redest du? Der Strahl Das Viech... Ja Kaputt! Was denkst du, was ein letzter Strahl macht? Wärmen 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 Wird sie schön braun werden Da werden... Aus den normalen Blunts werden dann so Keramikballons Definitiv Naja, da ist er mit seinem Affenbauern Ja, ja Schon lange Steht schon lange da Ja, normal Ja, natürlich normal Dann lacht er Ich bin da kein Teich Ich flücke das nicht mehr selber Ja Wärmen Wärmen jetzt gleich hier Komm, ein bisschen Money noch Money Dir geb ich nochmal Gems, ey Dir geb ich nochmal Gems Was soll man noch nie Gems geben? Was lasst das, ey? Ach, die kamen nicht an? Nee Ich hab dir die im Briefkasten geworfen Ich hab die so ausgeschnitten aus Papier Warum hab ich das Affendorff jetzt eigentlich hier unten eingesetzt? Ist das denn das für eine Kacke? Das ist halt sinnlos Bei der Bananenplantage wird davon gar nicht betroffen Von dem Affendorf Stimmt Ja, wie stimmt's? Da hast du Scheiße gebaut, ey Nioh Zeig's ihnen Zeig's ihnen Nioh Bam 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 So Du musst gleich mal irgendwas machen Ich? Ich? Achso du Ja, du musst auch was machen Ich hab alles im Griff hier Mehr oder weniger Ich baue jetzt nochmal ein, zwei Affen, die umsonst sind Ah, verklickt Oh, ich kann sogar... Ah, der war verklickt Ich kann sogar drei bauen Ja, stimmt Ja, stimmt Ich auch Und zwei Drei Hey Oh, er hat den Heli Der Heli ist unverzichtbar für das Game Na so teuer die Bank, so teuer Ja Aber so ist das Ich mein, ich hab sie jetzt gleich, hoffentlich, aber... Na, was du laberst Ja, dann... Zwei Runden noch hab ich sie Dauert nicht mehr lang Dann hab ich mal die Bananen Republik Die, die Bananen... Die größere... Scheiß auf die... Scheiß auf die Bananen Republik da Du bist so ein Affe, ey, wirklich Du bist ein richtiger Die Bananen Plantage, die brauch ich doch gar nicht Ja Ich geh erstmal nur auf die Bank, natürlich Da gibt es de fette Zinsen, ne Ja, 3,7, 3,8, ne Ich brauch 4,300, das ist ja voll Wucher hier Immer nur nicht, was hat Heli Immer Heli einfach mal alles macht, ne Ja, gut so Aber ich brauch sogar 4,500, ach du Scheiße Ja, das ist feuer, war Jetzt kann ich endlich mal anfangen, hier alles auszubauen Danke, danke, muss ich nicht mal alles alleine machen Na, schneller schießen, jetzt kommt hier alles Jetzt kommt hier mal ein bisschen Schwung rein in die ganze Geschichte Gott ist hier Kanonen Ja, wir brauchen jetzt für die Affenbank auch wieder Ich kann noch keinen Ich kann leider noch keinen weiteren Warte, was soll ich jetzt sagen? Egal, ich hab zwei Ja, keinen weiteren von den kostenlosen Bauern doch jetzt Oh mein Gott, gleich kommt Moab Moab, warte hier Noch ein bisschen hiervon Da noch ausguck Wann kommt der denn? Runde? 46 46? Wie immer Affenbank sagt Nix Boah, mein Blühendrangsgericht hat schon 1.188 Schichten geplatzt Nicht schlecht Heftig 1.000 Ach komm Ich baue noch 1.000 für die Affenbank Soll ich den Zerstörer ausbauen? Den Zerstörer bauen? Ja, warum nicht? Hast du schon ausguckt, geskillt? Ich glaube nicht, ne? Ich hab alles, ja Ja, äh So, da ist sie Da ist sie meine Affenbank Hast du auch schon, Mann Jetzt, weil ich bin da dran Um überlegen, was ich noch bauen soll Jetzt gleich Ja, ich denke mal das Dorf Als nächstes Ich denke mal das Dorf Komm, 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 komm Jetzt Jetzt probieren wir mal den Trick aus Mit dem ganz leicht versetzten Wo können wir es denn mal hin tun? Da komm Da komm Dahin Mit noch schön Ein, zwei Äffchen noch mit da drin sind Im Radius Was macht denn hier die? Ja, mach go Dann kann ich mal Warte, warte, warte Warte, noch nicht Ach, Stütz Egal Den machen wir mal auf stärkster Modulbetal, Reichweite und go Und ab geht die wilde Fahrt Ja, gucken Hm Was baust du denn jetzt noch? Äh, mein Heli aus Wir haben ja auch schwer 85 Runden Okay, dann ist Da muss ich noch ein bisschen umdisponieren hier Von den Geburten 85 Runden 85 Runden So, was sagt die Plantage? Noch nix Affe läuft Wann kommt denn der erste rote Morb? Weiß ich nicht I don't know I do do Das Ding ist ja im Insel tot, wa? Alle gehen ja im Insel tot bei dem Strahl Richtig fies